Vom Youngtimer bis zum Dreirad, wenn's einen Motor hat, macht Verkaufsgenie Pagnotta Petridu daraus Cash. Das ist ein Haufen Geld, was hier leider im Schuppen steht. Ne richtige Rarität, wurde nur für den japanischen Markt hergestellt. In Zeiten, in denen jeder Cent mehr denn je zählt, stehe ich meinen Autoverkäufern mit Rat und Tat zur Seite. Unterstützt wird sie von ihren professionellen Aufpolierern, Zerdal und Kai. Was ist zu machen? Ich sag nur eins, wunderschönes Auto. Ich steige mit den härtesten Autohändlern in den Ring. Sie sind Vollbluthändler. Sie haben Ahnung, sie haben Bargeld und sie verhandeln gnadenlos. Wenn ein Allrad und Diesel wäre, würde ich 10.000 Euro bezahlen. Das ist so ein harter Job, ne? Nimm das nicht persönlich. Der Kampf um jeden Cent. Das war schon Puppenfänger. Die Puppen möchte ich aber nicht sehen. Das tut mir mein Verkäuferherz weh. Ich mag euch. Wer macht heute das beste Geschäft? Das sehen Sie bei Aufpoliert und Abkassiert. Sonntag um 18.10 Uhr bei Kabel 1.